Der Mensch Hörert hat Fleisch gekäufe, mit ihm drei Metzgerschaften, zwei Wirtschafts-Nava auch unter der dammlichen Tau. Und der Hans-Masker schaft das Ktau und der Dan Burls und das Rupert Shirt. Sie heißt Bob's Market. Hat also eine Wirtschaft. Aber dann macht er ein Nas-Tier und ein paar Minze drehen. Und ich wickel und abbinde und den Knochen drehen machen und dann hat es gar ... Was bitte? Ein Pfund. Hamburger. Mahlerfleisch. Boah, hey. Der Danz. Läuft der Strauß, kann nicht ... Lange. 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 Dann ging er zu der Sait und sagte, dass der Mann wieder einmal ein Pfund. Ein Pfund. Sie hat seine Knöpflin, sie hat den Minze genommen und ich habe das Fleisch und zurück zur Mauer. Und sie hat ... äh ... öbe eine Fünfleid gefütet mit dem ein Pfund wahlenden Fleisch. Uns alle Harten guck ich es wie, es wird dunkel in der Kaffee und der Kaffee ist heiss in der Taus, geht es auch. Oh ja, wenn der Kaffee heiss gesehen ist, musst du es in der Taus und blösen. Niemand tut das. Nein, ich habe nur die Taus. Ja. 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 Sind viele Mörder wurde lite nemmere. Ja, ja.